Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Tag zum Maki Talk und erstmal vielen, 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 vielen herzlichen Dank an 1.446 Abonnenten. Vielen Dank für eure Unterstützung, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und hoffe, ich werde euch weiterhin mit gutem Content versorgen können. Und ich hoffe immer inständig dabei, dass auch hier für euch Games dabei sind, die vielleicht mal ein bisschen was anderes sind, die vielleicht mal ein bisschen spezieller sind, die eure Aufmerksamkeit mal ein bisschen erregen, aber vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für eure Unterstützung. So, kommen wir ganz kurz zum Community-Tab noch zurück. Ich habe wieder eine neue Umfrage wieder gestartet und es sind schon 23 Stimmen eingeschossen worden. Oha, Kiyaioko geht aber richtig ab und Natsumi legt auch nochmal ordentlich los. Team Sasuke, Sasaki, was ist los? Wo sind die Fan-Ele-Base von Sasaki hingewesen? Äh, gerade aktuell nicht zu sehen. Nanami auch mit 9%, also die beiden teilen sich nur an den letzten Platz nochmal miteinander. Während, ähm, Kiyaioko und Natsumi aber richtig losgezischt sind bei 23 Stimmen, gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, was danach sich noch ergeben wird, ist ja gerade erst aktuell vor 22 Stunden online gegangen. Aber vielen, vielen herzlichen Dank auch wieder mal für eure Unterstützung bei dem Projekt Koikatsu Sunshine und eure Stimmen, die ihr da abgibt. Vielen, vielen Dank auch dazu. So, mal ganz kurz nochmal Real Talk an der Seite vorweg. Ähm, ich habe hier einen Schnitt, was habe ich gesehen? Einen Schnitt von, äh, prozentualen Schnitt der Frauen, die mich gucken, weiblich sind, äh, von 5,3%. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, so, jetzt, äh, Real Talk mal ganz kurz beiseite. Ich habe ja letzte Woche auch schon was erzählt, diese Woche erzähle ich mal ganz kurz was für die Frauen unter euch. Ähm, ja, also, Szene gewesen, ähm, offen, äh, wann war aber gewesen da? Irgendwann, vorletzte Woche oder so waren wir mal auf dem Markt gewesen, war ich mit Markt, ein paar Kumpels gewesen. Frühjahrsmarkt oder so ein Ding. Und, äh, ja, Hody Moody, ist da was los. Es wird ja bald Sommer, sagen wir mal so. So, und dann ist wieder Gaffer Week, das heißt also, ähm, die Stripsclubs werden pleite gehen, weil die Girls schon so unbekleidet bis zum Gehtnichtmehr rumlaufen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, was ist los mit der Girlyville von heute? Muss ich mal ganz ehrlich fragen, was da los ist. Mir persönlich, ähm, ja, das habe ich wieder mal auf diesem Markt mal wieder gesehen. Die laufen alle rum, sind sowas von dermaßen überschminkt, aber richtig hardcore überschminkt, wo ich mir denke, wenn ich, wenn ich die nachher, wenn du die nachher nach Hause nimmst und das Make-up abmachen willst, da brauchst du schon einen Schleifer mit dem Herzensschleifpapier, was du finden kannst. Warum? Ich verstehe, wenn man Schminke, bei Frauen, wenn Frauen Schminke aufsetzen oder sonst was alles, verstehe ich das, wenn es dezent ist. Es darf nur nicht so übermäßig aussehen. So, jetzt Real Talk vorweg. Ich, also da gewesen, ein paar Kumpels, der seine, was war das, wie alt war die, 12, 13, keine Ahnung, Tochter da gab, die in diesen Scooter-Dingern rumgefahren. Und zum Schluss kamen dann eben halt immer noch zwei Chips übergehabt, die mich am Fragen, hast du Bock, ne, in den, äh, in so, wie heißt denn das, äh, so auf und ab, so eine Swing-Scheiße da zu geben. Ist so, ja, komm, warum nicht, meine Fresse, die anderen hatten keinen Bock mehr gehabt, da was zu machen, also ich, ja, komm, rein. Äh, stehen da welche an den Punch-Dingern da, hauen da mal wieder gegen. Ähm, und das Einzige, worüber die sich Sorgen macht, ist das über ihre Fake-Wimpern. Ich gucke die an und sage, ey, Alter, geht's doch? What's, was ist los mit dir, Mann? Ey, völlig überstyled, ich habe auch nur gedacht, Alter Falter, wenn das mal in meiner Jugend so gewesen wäre, ey, wenn die Girls da mit 12 so rumgelaufen wären, die hätten von mir einen Schlag, die hätten, die hätten von den Eltern, glaube ich, einen Schlag an den Nacken gekriegt, ey. Andere Kultur, ich verstehe das, andere Lebensweise, ich verstehe das. Andere Lifestyle, verstehe ich alles komplett, alles auch in Ordnung, ne, aber, oh, meine Güte, ey. Also, ich muss schon ganz ehrlich sagen, diese Generation TikTok und Co., ne, also, du siehst ja wirklich, ey, diese, vor allen Dingen, auch wenn es dann losgeht mit diesen Fahrradschlauchlippen, wo du dir denkst, also, drei Bar in den Mund, in die Lippen reingeballert worden, ne, ne, du brauchst deinen Reifen nicht mehr aufpumpen, kannst die Lippen gleich aufpumpen, was finden die Frauen daran so schön? Findet ihr Männer das? Also, ne, klar, wenn es natürlich ist, sage ich da nichts dazu, aber wenn die Dinger so aufgeballert sind, als würdest du, als könnte die bequem, ne, also beim Rücken schwimmen, ne, würde die nicht absaufen, weil ihre Lippen sie immer wieder über Wasser halten würden. Versteht ihr, was ich meine? Wenn dann dazu noch die Hupen aufgepresst sind, dann, dann kann die bisschen, dann kann die die ganzen Atlantik durchqueren, ohne einmal ein Problem zu bekommen. Ne, ihr versteht noch, wie ich das meine, ne, also, Natürlichkeit muss schon irgendwo dabei sein, meiner Meinung nach jedenfalls. Ich finde natürliche Frauen attraktiv, hübsch, sehen doch gut aus, ne, aber wenn die dann ankommt, wo du dir denkst, alter Falter, what the fuck, Fahrradschlauchlippen, äh, Fake-Tits bis zum Umfallen, am besten 27, dreifach, super, G, D, F, C, H, I, keine Ahnung, was da noch mit dazu ist, äh, dazu noch mehrere Implantate in den Arsch geballert, dann denke ich mir auch immer nur, was zum Fick guckt ihr euch da eigentlich an? Ich kann mir nicht vorstellen, seid, seid mir nicht böse, Ladies, das rede ich jetzt gerade von meinen, äh, Aspekt her aus, falls Frauen das sehen, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass viele Männer, ja, klar, Männer gaffen, Männer gucken, aber ich glaube, dass die meisten Männer das gar nicht so scharf finden, die meisten Männer mögen wahrscheinlich Natürlichkeit. Ich glaube, ihr versucht, etwas nachzujagen, was irgend so einer auf TikTok, den ihr vielleicht hübsch findet, wo ihr denkt, der kriegt vielleicht, die kriegt vielleicht viele Kerle ab oder dies und das alles, nachzueifern und dasselbe nachzukopieren. Warum? Bleibt doch, bleibt doch so, wie ihr seid. Fühlt ihr euch mit euren Körper, das ist ja oft so, dass viele sich mit ihren Körpern nicht wohlfühlen oder dies und das alles. Man muss sich nicht gleich um die chirurgischen Messer legen, dies machen, das machen. Klar, Training ist anstrengend, verstehe ich auch. Ich selber bin auch gerade im Moment so ein bisschen auf, äh, No-Trainings-Phase, merke ich meinen eigenen Körper auch gerade an. Ähm, aber jetzt mal ohne Witz, ey, muss man sich da gleich um das Messer legen und alles, alles fresh machen? Na, ich meine, in der Zeit, die wir jetzt leben, ne, ich schwöre bei Gott, ich wäre am liebsten schöner Chirurg geworden. Ich würde mir eine goldene Nase verdienen, ne. Ist mir immer so aufgefallen, wie gesagt, und dann, echt, das ist, ach, naja, kannst du nicht viel sagen, ne, oder? Was meint ihr dazu? Na, ganz ehrlich, falls noch ein paar Frauen unter euch zugucken oder falls ihr eure Freundin, die gerade neben euch sitzt und euch einen Latschen gibt, weil ihr schon wieder mich angeguckt habt, ähm, na, es ist, bleibt doch einfach natürlich. Ich danke mal, euer Liebster oder sonst was alles, schau dir mal vor, ihr würdet jeden Tag, müsst ihr euch für ihn schminken, nur damit ihr, ähm, damit ihr euch hübsch findet. Dann läuft doch irgendwas nicht richtig, oder? Dann ist doch irgendwas falsch. Denk ich mir persönlich so, ne, naja, ist halt so, ich hab mir da, äh, sowas sieht man halt immer wieder gerade, wenn man so auf, äh, ja, Oktoberfesten oder sonst was alles herumschmindet, wie doch manchmal da echte, äh, nicht alle, ich sage nicht alle, aber doch die meisten alle sowas von dermaßen aussehen, als wären sie gerade frisch aus irgendeiner Beauty-Klinik aus den Tschechien herausgekommen und, äh, beim Wassertrinken läuft die ganze Sammer alles runter, weil die Lippen noch, das ist da, das ist so krass, aber Hauptsache, das ist so krass. Also gerade bei den Lippen ist sowieso da ein heftiges Thema. Was achte ich bei Frauen sehr gewaltig ganz drauf? Augen. Ähm, wenn es schöne Augen, wenn sie schöne Augen hat und sowas alles, ja, ich weiß, es kommen diese Sprüche, ich liebe deine Augen, nein. Ähm, lass mich deine Augen küssen, nein, sonst scheiß nicht. Ich mag einfach nur natürlich schöne Augenfarbe, ähm, auch Augen irgendwie meiner Meinung nach haben für mich persönlich, äh, das ist von meiner Art einen charakterlichen Widerwert, ne, dort sehe ich schon in den Augen, spiegelt sich manchmal auch deine Persönlichkeit. So ist meine Erfahrung, ne, und das zeigt mir meistens immer erstmal gegenüber, äh, wie ich mit dem Gegenüber kommuniziere, ne, komme ich locker und flockig, bin ich ja meistens immer rüber und rede locker und flockig aufs Thema frei drauf los oder merke ich halt, dass, ähm, zwischen den Gesprächspartnern und mir doch zu viele Differenzen herrschen, ähm, dann probiere ich dann mal ein Gespräch höflich zu beenden, ne, keine Kommentare oder sonst was höflich einfach zu beenden, zu merken halt, das ist nicht gerade so unsere Schwingungslinie und gut ist, ne. Ja, das ist ja nicht schlimm, kann ja immer mal sein, aber das ist halt bei mir so. Und wenn ich dann ins Gesicht gucke, dann, ach, also, man merkt halt nur diesen Trend, ihr läuft, ihr, äh, Ladies, ihr lauft so viel diesen TikTok-Scheiß-Trend hinterher, hab ich das Gefühl. Beautycreme hier, Make-up da, dies und das. Außerdem kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn du dir mit, äh, 14, 15, 16 so viel Make-up in die Fresse reinballerst, deine Haut muss irgendwann auch mal atmen. Und wenn ich dann merke, dass man 5 Stunden vom, im, auf dem Klo verbringt, um sich zu schminken oder wieder abzuschminken, what the fuck is wrong? Ich glaube auch, dass natürliche Schönheit eher was für Männer wäre, als die Thematik supermäßig overtop geschminkt. Können die Männer hier auch mal ihre Meinung lassen? Genauso auch, falls einige Damen zugucken, auch. So, Thema abgehakt, durch, wollte ich nur mal so erwähnt haben. So, ähm, dann kommen wir jetzt mal auf eure Kanal-Kommentare mal zu sprechen. Ähm, da war ja letzte Woche, da ich eine kleine Diskussion gestartet habe, ähm, worauf ihr auch sehr schön eingegangen seid, war ich sehr begeistert von. Ähm, ich gehe sogar mal darunter, weil im letzten Talk haben wir über Snuff und Gore gelabert. Und da möchte ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, es geht darum, also, der Wahrheitsbringer, erstmal vielen Dank für deinen Kommentar. Ähm, der hat sehr schöne Sachen geschrieben. Und zwar, naja, ähm, Schoolgirl Conquerage ist auch schon extrem grenzwertig. Den gebe ich auch recht. Das Problem, Wahrheitsbringer, bin ich ganz ehrlich, ist das, ähm, du hast vollkommen recht. Das Problem bei mir ist es, ich habe schon so viel Scheiße gesehen, so viel Kram. Ich habe ein anderes, persönlich, anderes, ähm, Empfinden da drauf, zu reagieren auf etwas, wenn ich schon sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Schoolgirl of Conquerage nehme, Neuphoria nehme, Playhome nehme, und sonst was. Alle sind scheiße, alle sind schlimm, alle sind dies. Aber mein Gehirn sagt mir einfach auch, ja, das war ja nicht so schlimm wie das. Ich ordne andere Grenzwerte ein. Ähm, das ist auch ein Thema, das muss ich mir auch mal wieder ein bisschen abgewöhnen, ähm, alles so mit anderen Games ein bisschen zu vergleichen. Deswegen, ich gebe schon recht, gebe ich dir kein Unrecht dabei, dass, äh, Schoolgirl of Conquerage auch schon extrem grenzwertig ist, wenn nicht sogar über grenzwertig hinaus. Immerhin spielst du einen Typen, der die Mädels, äh, so viel Angst ein, äh, einjagt, dass er sie danach, äh, danach, ähm, wenn sie bewusstlos sind, Punkt, Punkt, Punkt. Du weißt schon, was ich damit meine. Ja, ich weiß vollkommen, was du damit meinst. hast du auch vollkommen recht. Wie gesagt, das ist wieder so diese grenzwertige Phase, wo ich, äh, überlegen muss, ähm, Gameplay-Material. Ich, ich tendiere von Gameplay und gehe rüber in, äh, Story. Und ja, du hast recht, Story und Gameplay bei Schoolgirl of Conquerage sind schon echt derbe, übel. Klar. So, ähm, Nocorn, äh, ist für viele Hentai offenbar ein absolutes No-Go. Nocorn, äh, ist dieses Thema, was habe ich, musste ich selber erst mal nachgoogeln, ähm, nicht gleich, also, ähm, kein gleich, äh, also klein, ah, Mensch, wie sage ich jetzt? Äh, beides zusammen wollen es. So, und, äh, dieses gezwungenermaßen, ähm, dass du jemanden zwingst dazu, das so zu machen, oder in dem Fall, ich nehme jetzt mal gerne Schoolgirl of Conquerage, weil du das gerade, äh, bewusstlos machst und sie dann eben halt durchknatterst, ohne ihr Einverständnis, ist halt auch ein absolutes No-Go für sowas. Ähm, erst recht, wenn man dann selbst den Mol, ähm, Molster spielt. Molster. Molster, auch wieder ein Begriff, danke, interessante Begriffe, die du hier reinbringst. Ähm, Molster sind immer diejenigen, die, auch in Schoolgirl of Conquerage, die die Aktionen, ja, die Vergewaltiger, die, ähm, die Bösen, die, ähm, eigentlich das nehmen und gar nicht nach Fragen, denen das egal ist, also die, 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 über die Grenze hinausschießen, die du eigentlich normalerweise immer als Feind hast, ne, sagen wir mal so, du spielst Spiele und du hast immer die Gegner immer als Feind, die Bösen, die ganz widerlichen, das sind dann in dem Fall halt aber der Protagonist selber, ihr versteht, was ich meine. So, die Kangaroo Games auf Steam habe ich ja mit, äh, dem nötigen Patch auch ab 18 freigegeben, äh, freigeben und, äh, sex sehen. Mhm. Äh, hier ist aber auch ein Großteil des Spiels so, dass du eher den Gegenpart spielst und nicht den Molster selbst, äh, wie bei Lemas Lies of, ne, Lena's Silence of Life. Das Spiel habe ich mir übrigens mal, äh, werde ich mir übrigens auch mal angucken oder Ideologie in Friction, kenne ich auch noch nicht, muss ich mir auch mal angucken. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt, was du da für Games meinst. Ähm, ja, also er schreibt es hier auch selber gut, dass du eben halt normalerweise in Age Games oder in vielen Spielen, Hentai Games und so, eher den Part übernimmst, ähm, den, äh, den Gegenüberpart zu übernehmen, ne. Außer was mir jetzt in letzter Zeit auch aufgefallen ist, also es kommen, verhäuft aus Japan auch ganz viele Games raus und, äh, her, die mal wieder richtig abschlagen, ne, wo du mal wieder richtig denkst, Abschlag pur, ne, also da sind schon echt Sachen manchmal dabei, wo denke ich mir auch immer nur, die gehen auch nur auf dieses Thema nur noch rüber, ne, also die haben nichts mehr damit zu tun, da bist du wirklich die ganze Zeit immer derjenige, der die Bad Guy-Aktion unternimmt, ähm, immer der, oder das Girl spielt ihr, das in einen Hinterhalt gerät und dann komplett von, was weiß ich, was alles da, ne, über sich erleiden lassen muss, dann nachher hier einen Fetisch findet und sagt, yeah, geil, finde ich super geil, mehr, 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 wo ich mir dann denke, hä, okay, äh, Japan lässt gut sein, manchmal sind da auch Games wirklich da, also, es ist verhäuft sich jetzt wieder ein bisschen mehr, dass man immer mehr crazy shit sieht, so, ähm, aber gerade, auch hier, äh, hat sich teilweise, äh, hat teilweise Szenen, die eigentlich schon teils in der Grauzone sind, äh, äh, Grauzone raus sind, oder? Äh, aber gerade, was auch hier, hat teilweise Szenen, die eigentlich schon aus der Grauzone raus sind, oder? Kenn ich noch nicht die beiden, also, wenn du dich jetzt auf die beiden Spiele beziehst, kenn ich sie noch nicht, ich müsste sie noch spielen. Grauzone hinaus, ja, hast du recht, also, bei Euphoria habe ich ja vorgewarnt, ne, dass das kein Spiel ist für Leute, die Spaß daran haben. Komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, gehen wir gleich nochmal durch. Ähm, ich habe mal von einem Spiel gehört, welches, äh, Charli's Quest heißt, und wo sehr stark in der Kritik steht. Ähm, die haben zwar extra für Steam eine neue Quest eingefügt und eine alte Quest rausgenommen, nämlich die, den Shota-Content, okay, ähm, Soepelia-Content, aber auch, äh, Soepelia-Content, aber wohl drin gelassen. Ähm, wie dabei die gezeichneten Spiele, äh, was? Wie dabei die gezeichneten Spielen, Spielen, die deutschen Gesetze sind da vermummt, äh, sind, So, wie dabei die gezeichneten Spielen, die deutschen Gesetze sind, äh, sind vermummt. Und ich komme dann auch schon außerhalb der Grauzone raus, denke ich. Safe as Soul? Ah, ja. Ja. Hm. Ist aber auch schon sehr kritisch. Ich weiß, was du meinst. Safe as Soul. Ja. Ja, ja, doch, ähm, Safe as Soul kann man doch schon als ja, im Nachhinein, wie gesagt, ich stelle mir manchmal auch mal die Fragen, wie Safe as Soul habe ich auch gesehen, also wie gesagt, habe ich ja auch veröffentlicht Safe as Soul. Ja, ich sag mal so, der Hingucker ist Safe as Soul nicht, aber vom Gameplay-Material, was du da sagst, ja. Ähm, gehen wir bei Safe as Soul nochmal zurück auf die Zeit, in der es spielt. kann man es wieder irgendwie sagen, andere Zeiten, andere Länder, andere Sitten, gehört das aber trotzdem in das heutige Thema rein. Also in die heutige Generation rein. Deswegen, das verstehe ich auch. Du, man muss viel hinterfragen und ich sage ja auch, mein, meine, meine Setzung danach, hier im Teil her, ist sehr hoch angesetzt. also meine Messlatte für wo hört es auf, wo fängt es an. Ähm, ich vergleiche mal sehr hoch zu viele Games, die eigentlich schon sehr aus der Grauzone rausknallen, mit zu vielen anderen Games, die schon in der Rotzone drin sind. Ihr versteht, was ich meine. Na, äh, naja, ich weiß nicht, woher du kommst und woher du deine Games bekommst, aber in Deutschland gibt, äh, es die Spiele ja alle glücklicherweise nicht und, äh, kann diese dann auch eher nicht kaufen. Hm, also ich komme aus Deutschland, kein Problem. Ähm, ja, du hast recht, die meisten Games gibt es hier alle nicht. Und woher ich meine Games bekomme? Meine Games, unterschiedlich. Ich habe Freunde in China, ich habe Freunde in Japan, ich habe Freunde in, hier und da, in Ort, in Länder verteilt. Ähm, dort frage ich dann immer nach, gibt es was Neues, gibt es was Interessantes. Wir reden halt über solche Spiele gerade mal. Es hat sich so eine Art kleine Clique aufgetan darüber und, ähm, auch selber Recherchen natürlich auch immer sehr viel, die ich selber anstelle. Und die lassen mir da meistens auch Games zukommen, wo ich gar nicht rankomme hier in Deutschland. Ne, was in Japan, in Japan kriegst du, ja gut, Japan ist auch schwer geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht mehr so einfach, hat er mir auch erzählt. Äh, früher war das in Japan extrem einfach, so in der Age Games und sowas alles, auch gerade solche Sachen zu bekommen, die richtig extrem sind. Äh, das hat sich aber jetzt auch sehr stark gewendet. Ne, ne, also auch die Japaner merken immer mehr, die wollen ja immer mehr auf den Steam plus auch Zugriff bekommen, damit sie eben halt jetzt wieder mehr Geld reinbekommen können. Ne, das ist ja auch eine Sache. Die lassen sich da auch sehr interessante trickweise Ideen einfallen in letzter Zeit, um ihre Games auf Steam zu veröffentlichen. Ganz interessant, also da bin ich letztens auch mal mit ein paar Kumpels, wir haben so, wir sind ganz, sind rumgegangen, zum Beispiel ja auch, wie Kangura Games das genutzt hat, mit, ähm, Living with my Sister, das ganze Game komplett zu bearbeiten und dann irgendwo ein Patch rauszujagen, um dann das ganze Game wieder zu entsensern. Das ist im Moment eine gang und gäbe Mission, die da bei Steam durchgeführt wird. Und deswegen muss man auch sehr genau aufpassen, was man da für Spiele manchmal auch kauft. Denn da sind Spiele auf dem Markt, wo ich mich selber sehr gewundert habe, was die da überhaupt zu suchen haben. Andere Firmen, wie zum Beispiel Love's Second Base oder wie Flexible Media oder auch andere Games, die sagen ja offen und ehrlich schon gleich, ja, hier in dem Spiel wird nichts gecancelt, nichts geschnitten oder sonst was. Das geht so frei offen auf Steam raus. Steam sagt dann entweder, ja, wir bannen das komplett aus allen Ländern oder wir bannen es halt aus den Ländern, die solchen Content nicht zulassen, ne. Da bringst du dann aber so ein Game raus wie Kangura Games, gerade aktuell mit Living with my Sister, das so entschlackt ist, dass es für Leute ab sechs zugänglich ist, dann fällt mir da auch der Stein vom Kopf, ne. Da merkt man aber auch selber, dass Steam seine eigene Politik überhaupt nicht interessiert. Hauptsache sie verschäffeln Code und Hauptsache es passt irgendwie in diese Content-Sache mit rein. So, jetzt wieder ein bisschen zweit aus dem Fenster gelegt, wieder weg weg. Aber wie gesagt, viele Games auch von Leuten aus dem Ausland, Bekannten, die ich kenne aus dem Ausland, aus Amerika auch. Ja, und dort bekommt man dann eben halt so Games oder sowas, alles, wo man redet über so welche Games. Wir reden auch über andere Sachen, keine Panik, nicht nur über den ganzen Tag, über Age Talk. Ja, Quatsch. Das Verwandte, Bekannte und sonst was alles. Und daher bekomme ich halt meine Spiele, weil du darauf gefragt hast. Ähm, so. Dann RipMath, Euphoria ist schon echt harte Kost. Ähm, ja. Das habe ich auch. Wir, ich war, wann war weg? Vorgestern. Hattde ich so eine kleine Discord-Runde gehabt. Hm. Mit ein paar von meinen Freunden. Und wir saßen dann da. Und haben auch über Euphoria nochmal diskutiert. Kann ich jetzt mal reinbringen. Ähm, Und haben da uns überlegt, ja komm, ich habe jetzt, wie gesagt, Euphoria einmal durchgespielt. Wir haben, ich habe ein Ending freigespielt. Dass, äh, so irgendwie das gut Ending sein sollte. Ich habe keine Ahnung, was ich da freigespielt hatte. Äh, und dann haben wir uns einfach nochmal zusammengesetzt. Wir waren drei Leute, mit mir zusammen vier. Und haben nochmal Euphoria einfach nochmal selber, jeder für sich nochmal verglichen. Wir haben also nochmal eine Session gestartet. Wir haben uns das alles einfach mal angeguckt und haben versucht, untereinander zu bewerten, wie das Spiel, was jetzt genau und wie und was. Ähm, wir haben eine Storyline mit, äh, Natsume, was ist das, sie? Ja. Äh, durchgespielt, wo das Ending völlig offen war. Uns dann aber aufgefallen ist, wir haben, du musst dich halt wirklich für eine komplett entscheiden, um ein Spielende freizukriegen. Ähm, nichtsdestotrotz harter Kost, ganz hart, muss ich ganz ehrlich sagen, ist scheiße. Das ist auch wirklich übel, das ganze Ding. Ähm, wenn man allerdings, das Spiel jetzt mal, also es gibt Szenen, die wir uns dann noch angeguckt haben, oder die mir auch einer erzählt hat, dann eben halt, wenn du die verschiedenen Events so und so und so aktivierst, bekommst du Szenen freigeschaltet in Euphoria, da wird dir kotzübel. Das meine ich ernst, da wird dir ein echt brachial übel. Das Spiel, ich sag's immer gerne so, ist da, ähm, ist der Wolfs im Schafspelz. Es gaukelt, also es, es sagt ja auch von offenem, ja, du kannst ja auch den Gore und den ganzen anderen Kram im Spiel ausschalten. Es bleibt aber trotzdem immer noch, meiner Meinung nach, der Wolfs im Schafspelz. Und, ähm, das ist das halt, warum ich Euphoria gebracht habe, darauf hinzuweisen, dass die Leute nicht losziehen, nur weil sie mal in Euphoria oder sowas, was alles mal gehört haben, und dann völlig darauf abgeben, ne, und dann auf einmal erwischen sie etwas, was sie gar nicht verkraften können. Es gibt ja auch viele, du musst ja auch immer bedenken, wie hoch ist deine Toleranzgrenze? Und es gibt einige Leute, die sich wirklich auch, wie ich zum Beispiel, ähm, in die Age-Welt reinstürzen, ähm, ihre Recherchen anstellen, ihre Sachen, gucken, was gibt's noch, was gibt's hier, was gibt's da, dann trifft man zufälligerweise auch, weil in irgendwelchen Chat-For-Rooms geschrieben wird, oh, Euphoria ist ein gutes Spiel, weil derjenige halt eine höhere Toleranzgrenze hat und sowas gut findet, ne, und schon auf einmal denkst du dir, hm, okay, der schreibt, das ist gut, die anderen schreiben auch, weil es eben eine Fanbase auch von Euphoria gibt, die schreiben auch, oh ja, geiles Spiel, guckst es dir mal an, aber deine Toleranzgrenze liegt ein Minimum ganz weit runter, weil du Spiele gewohnt bist, wie Love, Sex, Second Base oder sowas alles, und auf einmal knallst du dann in diese Welt von Euphoria rein, oder auch was weiß ich, Playhome oder sonst was, knallst in diese Welt rein, und, äh, ja, du weißt gar nicht, was du aktuell dann gerade da spielst, ne, und dann bist du schon, weil du denkst, da gibt's irgendwie noch ein Happy Ending oder so und drückst weiter und siehst diese, und denkst du, oh, na Gott, ich will nicht mehr, drückst weiter und dann hörst du damit auf, rennst dann den ganzen Tag rum und denkst dir, oh, was hab ich mir da gerade eingetan und so, wisst ihr, wie ich meine, ne, gerade auch in diesem Part muss man sehr, sehr gewaltig aufpassen, ähm, nichtsdestotrotz gilt das aber auch für viele andere Spiele, Branchen auch, ne, also viele, viele andere Spielebereiche, von Shooter bis hin zu Adventures oder sonst was alles, man muss halt immer schon aufpassen, in welche Schiene mal reingeht, Agony ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, wenn man sich das mal so anguckt, ne, was da alles so abgegangen ist, ne, nur als Beispiel mal von der anderen Schiene vorweg mal was zu nehmen, so, ähm, dann hat er noch reingeschrieben, Kaiju Nummer 8, äh, hat gut angefangen, das Feeling des Mangas gut eingefangen, ich selber kenn den Manga nicht, kommt immer samstags neue Folge raus, danke, Rip Matthew übrigens, immer schön fürs Time, Black Butler, ähm, sieht echt gut aus, auch immer Samstag gibt's dafür was, ne, und, viral, ähm, virale Hits, äh, sind, sehr, hier, cringy, mit dieser New Tube Story, äh, okay, viraler Hits ist immer noch sehr cringy mit dieser New Tube Story, bin mir noch unsicher bei den, bei den Anime, kenne ich jetzt gerade aktuell gar nicht, da kommt aber immer wieder Mittwochs eine neue Folge, dann, The Gaming Galaxy, auch was noch dazu geschrieben, vielen, vielen Dank auch dafür, ähm, The Gaming Galaxy schreibt auch nochmal dazu, ähm, ähm, ich weiß, äh, ich weiß noch, wie ich damals auf meinen Twitch-Karten, Kanal eine Version von, äh, Kaliska, gezeigt habe, ich hab mir das Game auch angesehen, das ist ein, ähm, auch ein HRPG-Spiel, also so in der Richtung, so wie, ähm, ja, ähm, doch komm, jetzt komm, Baldur's Gate, und, äh, wie heißt das, ja, es war doch Baldur's Gate, das ist am neuesten, ne, wo du halt dann, ähm, Dragon Age und sonst was alles da, in der Richtung her, so halt, wo du die Charaktere steuerst, dann drückst du auf die Knöpfe, dann hauen die Spells raus, und so ungefähr, hab ich jetzt vom Gameplay-Trailer das auch gesehen, ich hab's mir auch ange, also angeguckt, äh, jetzt noch nicht gespielt, aber angeguckt, so gezeigt habe, ähm, habe die Entwickler damals um Erlaubnis gebeten, das Spiel, ähm, zu zeigen, ähm, das kommt jetzt auch auf Steam raus, stimmt, kommt auch auf Steam, hab ich auch gesehen, aber die nehmen in der Steam-Version den ganzen Porn-Content von Kataklysmus komplett raus, und weigern sich wohl auch, äh, einen Ab-18-Patch separat anzubieten, kommt drauf an, also entweder, sie weigern sich, das ist okay, das ist mein, das ist in Ordnung, es kann aber auch sein, ähm, bei ein paar Entwicklern habe ich das auch gehört und sowas, alles, wenn die ihren ganzen Age-Content rausnehmen, kann es auch sein, dass sie auch keinen Ab-18-Patch anbieten dürfen, normalerweise, das gab damals sehr große, to be and be together, glaube ich, gab es damals ein sehr großes Euphorio von Steam, ähm, 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 Hausparty, das war ein ganz große Knaller, gewesen, Hausparty war ja auch damals dabei gewesen, und hat ja, ist ja auch von Steam geflogen, wegen dieser Sache, weil sie ja auf ihrer eigenen Webseite einen Ab-18, also Steam-Patch angeboten haben, das ist dann rausgekommen, und Steam hat, Hausparty dann erstmal gebannt, ähm, Hausparty hat sich dann aber jetzt wieder zurückgeschossen, in denen sie halt auch diesen Patch von ihrer Website, glaube ich, entfernt haben, und es irgendwie anders geregelt haben, ich weiß nicht, wie sie das geregelt haben, aber irgendwie ganz komisch, das kannst du jetzt per DLC dazu kaufen, oder sowas alles, also ganz bekloppt geregelt worden, die Sache, ich kenne mich mit der Steam-Politik auch nicht so richtig ans aus, aber es ist schon merkwürdig, wenn ein Spiel erst wegen dieser Scheiß gecancelt wird, und dann wieder zurückkommen darf, und dann aber mit einem DLC, mit 18er Patch durch die Gegend leiden darf, und dann eben halt dadurch den Erwachsenen-Content freischalten kann, alles ein bisschen wirr war und wo, deswegen, okay, bieten sie keinen separaten Patch an, so, ich fand das Spiel auch, ich fand das Spiel auch auf viele Art und Weise ziemlich genial, es sah richtig gut aus, es war ein toller, es war ein tolles Waffengameplay vorhanden, vorhanden, einfach alles gut, damals gab es aber auch noch keinen Streamer-Modus für das Spiel, deswegen die Rücksprache mit den Entwicklern vorher gehabt habe, der mir dann gesagt hat, was ich nicht anklicken sollte, um nicht versehentlich auf Porno-Animations-Trigger, schön, dass manche Spiele-Entwickler noch so frei und locker drauf sind, finde ich cool, es ist ja so, nicht alle Spiele-Entwickler, ich weiß, bei Flexible Media ist es so, die bieten Streamer-Modus an in ihren Game, die haben das, glaube ich, in jedem Game drin, ich müsste jetzt bei Sinister Landing oder Periodis Lust nochmal gucken, aber die haben sowas, aber das sind eher mehr die Ausnahmen, die meisten haben es nicht, bei den meisten musst du immer aufpassen, was du gerade aktuell da bringst, beziehungsweise cutten, schneiden oder zensieren halt, je nachdem, was für eine Szene das auch ist, musst du auch immer nachgucken, wenn es eine offensichtliche Age-Szene ist, darfst du sie nicht bringen, auch nicht zensiert, sondern du musst sie entweder schneiden oder so unzensiert lassen, dass sie gar nicht mehr zu erkennen ist, man versteht, wie ich meine, während du bei O-M-Ohne-Sachen zum Beispiel, da kannst du einfach einen Filter, so einen Smiley oder sonst was, wie ich das gerne mache, rübersetzen, das geht dann auch so durch auf YouTube, das ist dann eben halt so gesehen geschnitten, so, die Spiele, die du auf deinem Kanal hast, kann man zum Glück in Deutschland nirgendwo finden, bedeutet, man ist auch vor solch einer Art von Content sicher, ja, du hast recht, also wie gesagt, das stimmt auch, diese Games, die ich ja so habe, wo es jetzt drauf bezogen wird, die schon ein bisschen härter ins Thema gehen, nein, die kriegt ihr nicht in Deutschland, auch eine Euphorie, kriegt ihr nicht in Deutschland, einfach mal eben so, im Supermarkt oder auf irgendeiner Steam Seite oder auf irgendein Key Shop angeboten, da könnt ihr vergessen, das werdet ihr so nicht bekommen, ähm, ja, das war auch ein kleines Spielchen mit den Dingen, aber, es gibt so viele Games, komischerweise auch in Deutschland, die irgendwie dabei sind, wo man sagen muss, boah, da kommt so viel kranker Kack in den Laden rein, gerade auf Patreon ist das extrem, Patreon ist übrigens auch gerade eine Seite, ganz kurz nochmal verwehnt, wo die, äh, wo die auf einmal die Japaner und die Chinesen auf einmal Patreon für sich entdeckt haben, das ist kein Witz, werde ich euch bei einem vorgestellt Video mal erzählen, äh, war ich völlig baff und ja, das ist seit neuestem, könnte das auch eine neue Schiene für die werden, um ihre Games auf Patreon zu veröffentlichen, wir werden es mal abwarten und Tee trinken müssen, was da noch alles so vor, also es ist Ruhe da hinten auf alle Fälle, man merkt wirklich, dass, ähm, dass, äh, dass der chinesische oder asiatische Markt wirklich konsequent versuchen möchte, den westlichen Markt zu erobern, weil hier eine Marge ist, die noch bedient wird, ne, also hier sind wirklich Leute, die die Games noch kaufen, echt gutes Geld dafür zahlen, dass sie ihre Games entwickeln und dies und das alles und, äh, die wollen unbedingt in den westlichen Markt rein und das auf biegen und brechen, das ist mir auch mal aufgefallen. So, how to download AKP, ich weiß gar nicht, ob von Milfbusters überhaupt eine AKP gehabt, Milfbusters auch wieder, kann man auch wieder drüber reden, ähm, da kann es über so viel, kann ich jetzt so viel drüber reden, ähm, naja, und hier sieht man auch, I'm currently playing this game, Natsukiyaoi, best girl, Jumo, lass ich so stehen, na, aber jetzt mal so gesehen, I'm currently playing this game, Natsukiya, best girl, wenn jetzt einer zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Werbung, also nichts dagegen, gerne, kann er stehen lassen, alles kein Problem, ich werde das Kommentar auch nicht entfernen oder sonst was alles, aber, wenn jetzt jemand ankommt und sich Euphoria als Video dann mal ansieht und sieht, dass da eine Warnung drin ist, da rede ich ja über die ganze Scheiße, alles nochmal damit dazu, dann wird er verstehen, dass das eine Art von, ähm, Gamer ist, der einen hohen Toleranzwert hat, ne, das ist dann wieder so eine Sache, wo du dann selber sein kannst, lass die mal lieber doch raus, Slave Lord, auch ein Thema für sich, ich habe ja noch die anderen zwei Slave Lord Parts übrigens aufgefallen, aufgenommen, ähm, ich habe mir überlegt, am Montag beide, ähm, Slave Lord Teile noch zu bringen, also zwei und drei, weil ansonsten wäre das die ganze Woche über jetzt Slave Lord gewesen, deswegen werde ich, äh, Slave Lord Montag kommen, über ein zweifolgender, wo es sich einzig und alleine um die Slave Lord Saga bezieht, weil ich da bei Pinkety Games mal aufgeräumt habe und mal ein bisschen mich aktuell mal auf seine Stände übergebracht habe und, ähm, ja, dann gesehen habe, dass das doch eine Saga ist und ich deswegen auf Slave Lord Elf Conquerors mal reingebracht habe, um euch das Game mal zu bringen und am Montag kommen da eben halt beide Teile. So, ähm, mir ist aufgefallen, dass deine Stimme im Vergleich zu früheren Videos von dir inzwischen relativ leise geworden ist. Ja. Ritmaph hat recht. Meine Stimme ist leiser geworden. Ich bin auch gerade dabei, den Pegel und alles anzugleichen. Ähm, ich hatte drei Erkrankungen gehabt in der Stimme, also besser gesagt, drei Erkrankungen und die haben sich schwerwiegend oder besser gesagt nicht schwerwiegend, aber ziemlich auf meine Stimmbänder ausgefügt. Deswegen habe ich auch immer mehr Probleme. Teilweise jetzt auch schon bei 34 Minuten, ihr habt es gerade gehört, Räuspern, Husten und dies und das alles, meine Stimmbänder weiter durchzukriegen. Es passiert dann irgendwann ab so einem gewissen Zeitraum, also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Stunden lang nur durchsabbeln würde, würde ich dir immer mehr merken, dass meine Stimme immer leiser und leiser und leiser werden würde. Ich müsste immer mehr schreien, immer mehr Druck auf meine Stimmbänder ausüben, damit ich die Sprache noch richtig, oder damit ich die Tonlage noch richtig halten kann, um euch weiterhin, dass ihr mich weiterhin hören könnt. Ähm, da arbeite ich gerade aktuell gerade ein bisschen dran, dass ich halt ein Training mache und dies und das alles, um wieder meine Stimmkraft wieder ein bisschen besser hinzukriegen. Daher kommt das Ganze. Meine Einstellung, mein Setup habe ich jetzt, muss ich deswegen etwas angleichen. Ähm, ja, ähm, deswegen, gut, ja, ich denke mal, es ist vielen aufgefallen, leider. Ich konnte es nachher einfach nicht mehr so verbergen. Bei den Kalkatsu-Videos hört man es leider auch. Ähm, muss immer etwas lauter stellen bei den Videos. Ihr merkt jetzt, fängt das schon an mit den Sitzen und Rösspern. Ähm, so, ist jetzt nicht, äh, erst bei dem Video hier so. Mir ist aufgefallen, weil die Musik hier zu laut ist. Äh, naja, also ich habe die Desktop-Musik richtig eingestellt oder ich muss die Musik nochmal ein bisschen weiter runterdrehen. Ich habe das Setup, das hatte ich nicht geändert gehabt, seitdem ich aber halt die drei Erkrankungen gekriegt habe, die auf, äh, auf meine Stimmbänder draufgeknallt sind. Ähm, ist das erst so schlimm geworden. Und ihr merkt immer mehr, ne, es wird immer schwieriger für mich. Deswegen war ich auch ganz froh, dass ich letzte Woche und so die Tage immer, immer kurzweilige Videos aufgenommen habe. So ein Kalkatsu-Marathon zum Beispiel von 4 Parts hat dann doch schon, mhm, ordentliche Arbeit hinterlassen. Aber ich muss alt sprechen und versuchen, das wieder zu trainieren. So, das mal ganz kurz vorweg. Äh, Musik ist aber auch nicht schlecht. Gefällt mir. Äh, nette Idee mit den, äh, Zeitlinien bei der Entstehung. Äh, bei der Entscheidung, die man, äh, die man treffen kann. Äh, äh, der Pfeilhagel, das Pfeilhagel-Mini-Spiel war nett. Es war nicht nett, es war die Reiztehle. Äh, ähm, ein bis zwei, ja, zweieinhalb Stunden Spielzeit ist jetzt nicht viel, aber für den Preis denke ich durchaus akzeptabel. Ganz nette Spiel würde ich sagen. Werde mir die Saga wohl mal anschauen. Ich hab die Saga, wie gesagt, bringe ich euch hoch am Montag. Kommt die, also morgen kommt die komplette Saga. Könnt ihr euch da mal angucken. Denn dazu zählt auch Slave Road Realm auf Bondage. Da erkläre ich, wie gesagt, in den allen drei Teilen und zum Schluss als Fazit erkläre ich alles noch mal ganz. Genau. Irritiert ein wenig, dass du öfters im Satz abgehackt bist. Ähm, bisschen doof gecuttet. Okay, kann sein. Ja, musste ich leider, weil ich da nicht genau vorbereitet drauf war. Da kamen immer die Cutszenen doof rein. Ähm, die üblichen Pluspunkte für kleine Animationen der Charaktere. Schöne Musik. Insgesamt, äh, wirkt es wie ein ganzes Spiel. Ist es auch. Also, wie gesagt, wenn ihr alle drei Saga-Teile spielt, ich meine, Teil 2 kommt ja morgen und dann kommt noch mal das Fazit dazu, weil das Spiel auch abgeschlossen ist. Ähm, ergeben eine coole Kombi. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, schöner Artstyle, nettes Gameplay. Äh, wirkt aber noch sehr mau. Ja, definitiv. Noch nicht viel drinne. Abwarten, 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 abwarten. So, dann, diese kräftigen Konturen im Artstyle geben dem Spiel einen eigenen Look. Das mag ich. Auch das Spiel mit den Licht und, äh, mit den Licht und den Lichteffekten geben den Bildern einen schönen Touch. The Voyage Above von, äh, The Jellyfish. Definitiv auch sehr schön gemacht worden. Ähm, aber ich, ähm, ihr merkt, es wird, das meine ich halt, das geht echt bergab bei mir, gerade, gerade wir. Ähm, Nekropada kommt heute, ich habe ja gerade veröffentlicht, um 1, kommt Nekropada, ich möchte ja gerne, wie gesagt, ein Visual Novel Sonntag starten und davon kommt jetzt Nekropada Zero. Kalkatsu Sunshine, wer wird es diesmal? Die Abstimmung läuft gerade aktuell, Slave Lord habe ich gar gebracht. Dann, freue mich, dass euch MySharmon, äh, mal, äh, Harem Hotel wieder gefällt. Dreimal mag ich schon bekommen. Ähm, wie gesagt, wir werden das in den Angespielt jetzt gerade aktuell mal durchgehen. Äh, Euphoria habe ich alles erzählt dazu, ihr wisst Bescheid, ne, ihr seht auch, was bei mir im Moment alles los ist, ne, aber ist mir scheißegal, das interessiert mich eigentlich nicht. So, ähm, Living Book by Sister, Hauptsache, die werden nicht weltweit gebannt, das ist mir immer am wichtigsten, oder dass es gar nicht mehr zu Einschränkungen kommt, ne. Da ist mir das hier alles, äh, Furzpiepiegal. So, und ja, letzte Woche habe ich ja auf den Kram geantwortet. So, haben wir das auch. Letzten zwei möchte ich jetzt gerne damit verbringen, euch eben schnell noch zwei, äh, Animes vorzustellen, bevor ich gleich aufhören muss. Ähm, und zwar haben wir hier, den habe ich mir gerne angesehen, den finde ich irgendwie gar nicht mal schlecht. Ähm, ähm, äh, Archdemons Dilemma, How to Love, How to Love Your Elf Bride. Eine interessante Serie, meiner Meinung nach. Ich, ich war echt begeistert, und zwar von dem Protagonisten Zeng, bin ich sehr begeistert. Der ist ein halt ein, ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen, es ist auch aktuell gerade so, dass es aktuell nur vier Folgen gibt. Ähm, der ist ein, ähm, Zauberer. Zauberer geworden, bevor er ein Mensch hat, einen Zauberer getötet, ist dann deswegen in den Rang des Zauberers aufgestiegen. Und, ähm, ist, er wirkt, er wirkt immer so wie dieser dunkle, böse Zauberer, hat auch nicht gerade so sehr das Taktgefühl seiner Aussagen, möchte ich gerne sagen. Also, er ist nicht so der Mensch, der so gerade mal, mhm, vielleicht eventuell den richtigen, passenden Ton in einer Diskussion, äh, führen kann. Das merkt man schon am ersten Aufeinandertreffen, wo er gerade eine Dame beschützen möchte, die von einem, ähm, Hexer angegriffen wird, oder er ist ein Hexer, besser gesagt, Hexer angegriffen wird, und er hingeht und in den Kopf eindrückt und zerquetscht. Ja, das war natürlich die richtige Startposition des Tages und auch so sein Taktgefühl ist für den Arsch. So, ähm, dann, ähm, mehr, es gibt eine Art Hexer-Großorden, kann man es mal so gesehen nennen, an denen 13 der besten Hexer einberufen werden in diesen Orden halt zu sein und einer von denen stirbt von den 13 und seine Hinterlassenschaften werden dann verjubelt, ne, in so einer kleinen üblichen Jackerrunde, sagen wir mal so, werden die dann eben halt schön verjubelt, kann man dann kaufen, äh, und dort wird die Elfin auch verkauft. Ähm, er nichtsdestotrotz zieht die Elfin und verliebt sich sofort Hals über Kopf in sie. Also richtig sofort äh, Affenmäßig drin. Äh, und er steigert sie für eine Million, eine Million, eine Million, war das eine Million? Keine Ahnung was, wie viel er da rausknallt. Auf alle Fälle gibt er sein ganzes Vermögen volle Kanne für sie aus ähm, und nimmt sie damit nach Hause. Sie hat Angst, dass er sie töten wird, weil normalerweise machen das die Hexer, um ihre Energie weiter rauszubeziehen, töten sie dann eben halt so welche Leute, um eben halt mehr Energie zu bekommen, bessere Zaubersprüche aufzubasteln und dies und das, aber er hat das gar nicht vor. Und es entwickelt sich eine sehr, sehr coole Atmosphäre zwischen den beiden, die mir sehr gut gefällt. Ähm, weil er so den, den bösen Part gut übernimmt, ähm, gleichzeitig aber auch die nette, nette Seite gut überbringt. Und auch die so, dieses ganze Setting, also das ganze Setup, um dieses Hexer, die böse sind und noch böse Sachen machen und dies und das alles. Und dann ist er da irgendwie mit drinne, der irgendwie auch total böse wirkt, aber bei der Elfin total lieb und nett und freundlich ist, aber eigentlich auch nur, dass er eine komplette Ruhe vor allen haben möchte. Also das Setting ist erfrischend gut, meiner Meinung nach. Ist mal was Neues. Wird wahrscheinlich wohl vielleicht eher auf ein Haar im Anime ausgehen, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. So, und wir kommen zum letzten und zwar Kaiju Nummer 8. Da ist aktuell gerade die zweite Folge von rausgekommen. Ich kann jetzt auch nur bis zur aktuellen zweiten Folge oder besser gesagt meinen Eindruck gebe ich euch jetzt mal. Äh, Kaiju Nummer 8. Um was geht es da? Ja, wie der Name Kaiju schon sagen, äh, sagt, geht es eben halt um eine Mischung aus Pacific Rim und Godzilla. Ne? Ja, Pacific Rim ist mehr überhand, würde ich eher dazu noch sagen. Aber eben Kaijus ähm, knallen mal wieder auf die Erde, sind mal wieder auf der Erde präsent und zerstören die Erde. Dann gibt es natürlich wieder eine spezielle Neid, die gegründet wird, um Kaijus zu töten. Und da kommt unser Protagonist mal ins Spiel, äh, den ich wirklich genial finde. Aktuell gerade sehr, es wird auch teilweise, es ist, es ist, es ist ein bisschen konfus, die Serie, es ist ein bisschen konfus, weil sie ist gore-lastig. Dann schneidet sie an willkürlichen Stellen raus, wird auch manchmal ein bisschen zu übertrieben lustig. Es ist so, dieses, äh, wow. Manchmal wundere ich mich, sehe ich noch gerade die richtige Serie, was will sie jetzt sein? Ernst? Lustig? Brutal? Was? Was, was, was will sie sein? Was ist gerade los? Ähm, naja, was kommen wir zu unserem Protagonisten, den Kerl hier in der Mitte. Der ist, äh, arbeitet bei einer, ich sag mal Kaiju-Aufräumfirma, denn die getöteten Kaijus müssen ja irgendwie entsorgt werden. Und da es nicht so wie im Pacific Rim, weil er ist, dass die ganzen Illegalen alle ankommen und alles mitnehmen. Nein, wird eine Entsorgungsfirma aufgerufen. Da arbeitet er und er entsorgt halt Taiju-Teile mit seiner Firma zusammen, mit seinen, mit seinen Buddies zusammen. Dann kommt dieser Kerl eines Tages, ähm, auf seiner Arbeit an. Der will da auch arbeiten, weil er möchte unbedingt ja in dieses Elite-Core rein. Aber eben halt, um das zu schaffen, arbeitet er erstmal bei der Firma. So, das Erste, was die beiden erstmal als Auftrag bekommen, da wird er wieder lustig, ähm, oder versucht lustig zu werden auf eine Ekelszene, weil sie den Darm natürlich entleeren müssen. Und der Darm ist natürlich Scheißarbeit. Scheißarbeit brauchen wir gar nicht drüber reden, ist natürlich widerlich. Und ja, da geht's dann dementsprechend auch rein. Ähm, ja, interessant wird's dann, da ist, also ich hatte sehr starke Pacific Rim Flashbacks. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was so allgemein passiert. Ich kann ja nur schon mal sagen, weil ich denke mal, das wissen viele auch aus dem Trailer her, er verwandelt sich nachher selber in einen Kaiju. So, das kann ich ja spoilern, das ist okay. Ähm, ja, dadurch, das ist eine Staffel zwei, also Folge zwei aktuell dann sehr, ja, die wird dann zu, ich hab immer das Gefühl, da nachher vielleicht doch so, uh, over the kitschig sein. Ne, also manche Szenen dann gehen halt zu über den Plot hinüber. Abwarten, Tee trinken, man muss sich jetzt, also von zwei Folgen kann ich mir einfach noch nicht so eine dezente Meinung bieten, nur ich fand irgendwie Folge eins zu Folge zwei hingesehen, einen ganz schön großen Unterschied auf einer Art, ne. Klar, dann wieder dieses Gorlast, dieses Blut, bam, bang, spritzt überall Blut rum, äh, Körperteile fliegen durch die Gegend, äh, eine Szene wird aber zensiert, wo er sich einen Vogel schnappt, in dieser Kaiju-Form und den Vogel frisst. Wisst ihr, das ergibt für mich alles keinen Sinn gerade, das ist das Thema, aber Abwarten, Tee trinken, es sind erst zwei Folgen, wir warten einfach weiter ab. Ich bin, wie gesagt, ich kenne den Manga nicht, ich kenne den Manga überhaupt nicht, ich kann dazu nicht mitreden, ähm, werde mir aber definitiv mal das bis zum Ende der Staffel ansehen und bin dann gespannt drauf, wie sich das Ganze dann Endeffekt hinaus am Ende hin entwickeln wird. So, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Zusehen.